Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen und vor allem auch erstmal letzten Podcast-Folge hier im Brave & Run Podcast. Schön, dass ihr auch mit eingeschaltet habt bei YouTube. Es ist jetzt so, dass, ja, jetzt so die letzte Podcast-Folge im Mai da ist und dann sind wir Juni, Juli, August drei Monate in Podcast-Pause, in einer großen Sommerpause und starten dann ganz frisch wieder im September mit ein. Und genau, freue mich da sehr drauf persönlich, weil da einfach ganz viele Projekte auch noch im Hintergrund eben laufen, große Updates auch nochmal für unser Programm. Also da wird auch ganz viel passieren, deswegen freue ich mich da persönlich drauf. Ihr müsst dann in dem Sinne ein bisschen auf alte Folgen zurückgreifen, aber ich bin mir sicher, es gibt keinen, der alle Folgen gehört hat, bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben über 250 Folgen und hoffe, dass du da einfach nochmal dich draußen ein bisschen durchzustöbern, ein bisschen zu gucken, was dich da jetzt gerade so anspricht. Bestimmt sind die ganz allerersten Folgen sehr, sehr spannend. Und weil wir da wirklich, also wenn ich überlege, ich sitze jetzt hier gerade von der Kamera mit so einem Setup und unserem Podcast-Mikro und die allerersten Folgen habe ich mit Tim zusammen gemacht mit so einem kleinen Rekorder und so einem kleinen Puschel-Ansteck-Mikro. Was wir uns so, ach nee, gar nicht, wir hatten noch nicht mal das Ansteck-Mikro. Ich glaube, wir haben einfach das Aufnahmegerät so hin und her gegeben. Ja, also ganz wild. Das waren so unsere Anfangszeiten. Da haben wir bestimmt auch noch mit Sicherheit anders gesprochen, als ich es jetzt auch so tue. Genau, wie gesagt, wir haben am Anfang oder die meiste Zeit eigentlich auch den Podcast hier zusammen gemacht, bis sich dann irgendwann auch eigentlich mit Geburt unserer Tochter immer mehr so dahin entwickelt hat, dass ich den Podcast hier so übernehme. Und ja, deswegen, wenn du mal lustig bist, kannst du da mal so ein bisschen zurück scrollen und dir einfach auch mal in der Podcast-Pause einfach mal so ein paar Podcast-Folgen von früher anhörst und da mal so reinlauschen kannst. Genau. Für die heutige Folge habe ich dir ja so einen kleinen Einblick mal eigentlich aus einem unserer, aus einem meiner Coachings mitgebracht, wo ich letztens so ein Gespräch hatte mit, ja, mit den Klientinnen in der Gruppe, wo es um das ganze Thema vom Bild von Partnerschaft geht und es da irgendwie so ein neues Ideal gibt. Also es gibt ja so dieses Hollywood-Ideal, also man ist immer verliebt, alles ist happy, klappy, toll, Wolke 7, dies, das, so alles wunderschön und am Ende ja meistens die Hollywood-Filme und ja, die haben sich kennengelernt, haben sich verliebt und dann enden die Hollywood-Filme und der richtige Teil, der fehlt eigentlich jedes Mal. So, das ist das Hollywood-Ideal, also ein sehr idealisiertes Bild von Partnerschaft und ja, dann kam aber so ein bisschen auch auf, dass es irgendwie so ein, ja, so ein neues Ideal auch gibt, so von dem reflektierten Paar, ja, was so quasi psychologisch fundiert ist in dem Sinne, also sich da einfach schon ganz gut auskennt, ja, ein sehr offenes Mindset hat und sehr reflektiert ist, sehr bewusst. Ich meine, ja, komme ich gleich zu. Also dieses reflektierte Paar ist vor allem, glaube ich, auch so ein bisschen durch Social Media, ich sehe ja auch, was da ja auch teilweise jetzt an sehr gutem Content, aber auch sehr viel psychologischer Content da auch so unterwegs ist und das ist unfassbar cool, ich finde das ist eine richtig coole Entwicklung. Auf der anderen Seite darf man dann halt eben auch sehen, was sind so die Nebenwirkungen und eine Nebenwirkung ist, glaube ich, genau das, dass man dann den Partner, die Partnerin halt auch mit solchen Menschen vergleicht, ja, also wenn man jetzt einen Partner hat und dann sind da Männer auf Instagram, die total reflektiert sind und alles teilen und so voll mit drin sind in der inneren Arbeit, in der Heilung und whatever, ja, dann ist das natürlich etwas, wo es dann irgendwie ein krasser Vergleich ist, wenn man dann vielleicht den eigenen Partner vergleicht, der da vielleicht auch nicht so drin ist, was glaube ich auch so der Durchschnitt der Gesellschaft ist. Also das darf man halt auch immer sehen, also Instagram, das, was da gezeigt wird, das ist immer nur ein kleiner Prozentsatz. Ob es der kleine Prozentsatz vom Alltag dieser Person ist, ja, ich kam jetzt in letzter Zeit halt auch gar nicht so viel zu Storys und da ist es noch nicht mal ein Prozent, was ich zeige. Ja, und das ist halt auch einfach etwas, was man da auch immer sehen darf. Also entweder ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz des Alltags und auch ein kleiner Prozentsatz der Gesellschaft, was man da so sieht. Deswegen, ja, grundsätzlich finde ich, das ist eine echt coole Entwicklung und ich bin auch wirklich überzeugt, dass auch jeder und jede solche eine Beziehung führen kann, wenn er oder sie das für sich möchte. Also wenn du dir wünschst, dass du eine Beziehung führst, wo ihr relativ gleichgesinnt seid, ein ähnliches Mindset habt, ähnlich, ja, open-minded, sage ich mal, auch so seid, dass ihr relativ offen rausgeht, viel reflektiert, viel auch über tiefe Themen sprecht, dann glaube ich daran, dass das auch möglich für dich ist. Aber möchte halt auch dazu sagen, diese Menschen, die dann auch so drauf sind, das ist halt meistens nicht so der Durchschnitt der Gesellschaft, dass man dann auch so drin ist in diesen ganzen Themen. Und natürlich reflektiert man immer sofort das eigene Verhalten. Vielleicht war das ja eine Triggersituation. Ich nehme das jetzt ein bisschen hops, weil ich bin da selber drin in den Themen und ich mache das auch persönlich sehr viel, ich teile auch sehr viel mit Tim und trotzdem ist Tim da zum Beispiel auch anders. Also ich finde, es gibt da unterschiedliche Abstufungen und das ist halt eben nicht so, das ist halt so der Nachteil oder so diese Nebenwirkung dessen, dass es halt dann in so ein Extrem verfällt. Und man dann irgendwie so super krasse Erwartungen und Ansprüche irgendwie an diese Partnerschaft hat oder an den Partner, die Partnerin hat, was er oder sie irgendwie alles erfüllen muss. Und deswegen ist die Podcast-Folge halt eben dafür, um da wieder so ein bisschen Gleichgewicht reinzukriegen. Ja, was nämlich auch so das reflektierte Paar nämlich auch macht. Ja, also dass du da so ein bisschen Relativierung auch wieder reinbekommst in dieses Ideal des reflektierten Paares. Ich hoffe, das hilft, ja. Ich würde nämlich tatsächlich Tim und mich auch als reflektiert betrachten, weil wir halt viel auch über solche Themen sprechen und ja, einfach auch sehr in die Selbstverantwortung gehen, auch nach einem Streit und einfach auch reflektieren, so was ist unser Anteil an dem Ganzen. Wir viel Persönlichkeitsentwicklung in den letzten Jahren gemacht haben, sehr viel und uns einfach echt krass weiterentwickelt haben. Zusammen, aber auch einzeln als Personen. Und deswegen, wie gesagt, andere würden jetzt vielleicht sagen, wir sind nur so semi-reflektiert. Es sind da vielleicht welche, die noch andere Sachen machen. Aber deswegen, genau, möchte ich euch heute einfach nochmal so ein paar Sachen, ich will nicht vorgreifen, fünf Dinge mitgeben, die auch solche Paare, auch reflektierte Paare machen, ja. Und da gibt es, wie gesagt, diese Abstufung. Es kann ja sein, dass es dir reicht, wenn dein Partner, deine Partnerin einfach interessiert ist an den Themen, die du da so durchgehst und wo du vielleicht Persönlichkeitsentwicklung machst und so weiter. oder mit Glaubenssätzen arbeitest oder so, dass er das interessant findet oder sie interessant findet und einfach, ja, so eine offene Haltung hat. Neutral bis offen. Vielleicht reicht dir das, ja. Wenn du aber möchtest, dass dein Partner da auch so voll all in geht, ist das auch in Ordnung. Aber möchte damit einfach nur sagen, dass es da Abstufungen gibt, A, und dass nicht jeder so voll all in gleich ist. Also ich glaube, da gibt es immer, immer auch leichte Unterschiede. So wie es auch in der Sexualität ist, das ist jetzt ein Sprung, ich weiß, aber wenn es, so wie es auch in der Sexualität ist, keiner hat immer ein genau gleiches Verlangen. Es gibt kein Paar, was genau gleiches Verlangen hat. Es ist immer einer, der verlangsärmer ist und der andere ist immer verlangsstärker. Da gibt es immer einen, der so oder so ist und es ist nie exakt genau gleich. Ja, klar, der Unterschied kann sehr minimal sein und im besten Falle hast du auch jemanden, wo es der Unterschied nur sehr minimal ist, aber dass es genau exakt gleich ist, geht gar nicht. Deswegen da auch wirklich zu sehen, okay, dass du da jemanden findest, wo ihr schon sehr ähnlich seid und jetzt einfach der Unterschied nicht so ganz so krass ist. Genau, aber trotzdem jetzt einmal die fünf Dinge, bevor ich hier nochmal fünfmal um Pudding rede. Jetzt nochmal die fünf Dinge, die auch reflektierte Paare machen, ja. Zumindest machen wir das. Wir streiten uns auch mal und auch andere reflektierte Paare streiten sich manchmal. Es ist gut, sich zu streiten und sich auch konstruktiv zu streiten, eine gute Streitkultur zu haben, eine gesunde, gar keine Frage. Aber es kann auch mal sein, dass man gerade so angefixt ist und so wütend, dass man auch mal lauter wird. Passiert auch, reflektiert ein Paar. Es kann auch sein, dass man sich mal gegenseitig nochmal verletzt. Ich wurde, also ich würde schon sagen, dass wir uns definitiv öfter streiten, seitdem wir Eltern sind. Es ist auch, also der Streit oder ja, die Streitanzahl ist auch deutlich höher, wenn man Eltern eines Kindes ist. Absolut. Also Elternpaare haben da einfach mehr, mehr, mehr Streit. Aber trotzdem auch so dieses gegenseitig Verletzen. Für mich war das damals voll die Desillusion, als meine Mama mir gesagt hat, Darlene, dein Partner kann dich auch verletzen. Und das war für mich so boom. Jemand, der dich so lieb hat, das geht? Ja, und auch reflektierten Paaren passiert das manchmal. Wenn die Bedingungen so sind, dass dein eigener Energietank so leer ist, dass gerade einfach eine Restriktion ist eine große Herausforderung, etwas, was dich unfassbar frustriert. Und dann wenig Wertschätzung da ist. Da können einfach viele Sachen zusammenkommen, wo dann vielleicht nochmal ein, zwei Sätze fallen, wo man sich verletzt. Gar nicht, gar nicht so, dass man sagt, ich will den anderen jetzt verletzen, weil das wäre schon etwas Uncooles. Es geht nicht darum, dass ich sage, ich will Tim verletzen und stachel jetzt richtig, richtig doll oder sage etwas, was ich so ausgenutzt habe und ich genau weiß, dass ich ihn damit treffe oder sage blöde Worte. Das meine ich jetzt in dem Sinne nicht, aber es kann trotzdem sein, dass ich ihn verletze, weil ich gerade einfach wenig Wertschätzung habe für ihn, für seine Leistung, für das, was er macht, weil mein Tank selber leer ist. So Momente gibt es. Und die gab es, glaube ich, mit unserem Eltern-Dasein auch mehr als vorher. Schon auf jeden Fall eine wilde Angelegenheit, Eltern sein. Aber das ist etwas, was auch reflektierte Paare haben oder durchaus möglich ist. Ich würde behaupten, das ist sehr wahrscheinlich weniger, aber es kann trotzdem passieren. Man ist auch nur Mensch. Das ist das Erste. Das Zweite ist, reflektierte Paare oder das reflektierte Paar hat nicht immer sofort Erklärung und Lösung. Auch wenn es reflektiert ist, musst du manchmal nachdenken, auch wenn es reflektiert ist, hat es nicht immer die Lösung. Es ist nicht immer so einfach. Aber das, was sie machen, ist halt zu reflektieren und zu überlegen und in die Eigenverantwortung zu gehen. Aber trotzdem ist es nicht so, dass man immer sofort Erklärung und Lösung hat und sofort alles aufgearbeitet hat. Also bitte, da wirklich auch so ein bisschen realitätsnah auch wieder zu kommen und dieses Ideal von reflektierten Paaren und diesen ganz psychologischen Unterweges, da wieder so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Der dritte Punkt, auch dieses Paar hat nicht immer dieselben Interessen. Es ist völlig in Ordnung, auch wenn du da andere Interessen in der Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel hast oder in der Psychologie oder dich da halt einfach so super gerne reinliest und viel Wissen aneignest und da für dich sehr viel reflektierst und halt eben auch zum Beispiel mit Glaubenssätzen arbeitest oder so. Kann das sein, dass dein Partner oder deine Partnerin da nicht so drin ist, aber dann zum Beispiel in anderen Themen sich total reinfuchst und da ja total viele Perspektivwechsel reinholt, viel reflektiert in dem Sinne. Und ja, das muss nicht so sein, dass ihr dieselben Interessen habt. Nicht jeder arbeitet gerne mit Glaubenssätzen, nur weil man reflektiert ist. Ja, also das nochmal dazu. Und das vierte ist, dieses Paar muss auch keine gemeinsamen tiefen Rituale haben. Ich finde, das ist halt auch manchmal so bei Social Media, dass dann so Paare gezeigt werden, die dann immer Eye-Gazing, Augenkontakt machen, ja, die dann ganz intime, wunderschöne Rituale haben, die sich immer so verbunden fühlen, sich ganz lange umarmen. Mache ich auch mit Tim, aber wir sind halt auch so, wir sind jetzt nicht so, dass wir da krasse Rituale haben. Und das ist auch okay. Also nur weil du in dem Sinne sehr bewusst dann da unterwegs bist in deiner Partnerschaft, heißt das nicht, dass ihr dann so auch in die Richtung spirituell angehaucht Rituale haben müsst, nur weil ihr das zum Beispiel bei Social Media seht, ja. Also ihr könnt trotzdem eine gute Beziehung führen, auch wenn ihr nicht zusammen meditiert oder whatever macht, ja. Oder auf irgendwelche Retweets geht. Es ist völlig in Ordnung, dass der eine das macht und möchte und der andere nicht. Und ihr könnt trotzdem sehr bewusst unterwegs sein und sehr reflektiert unterwegs sein. Genau. Also es ist nicht nur dieses eine Bild. Das fünfte ist, auch dieses Paar hat auch einen ganz normalen Alltag und nicht immer tiefe Gespräche. Es ist völlig normal, auch diesen pragmatischen Anteil in einer Beziehung zu haben, wo es um Müll runterbringen, um Wäsche waschen, um Essen einkaufen geht, ja. Ganz normal, ja. Für mich bedeutet vor allem dieses reflektierte Paar, bedeutet für mich, und das ist echt einer der größten Schlüsse, emotional intelligent, ja. Dass du für dich Eigenverantwortung übernimmst, dass du da, ja, eben dich selbst auch reflektieren kannst, dein Verhalten reflektieren kannst, deine Gefühle, deine Innenwelt, deine Wahrnehmung reflektieren kannst. Und, genau, wenn man dann on top halt auch noch die Interessen-Persönlichkeitsentwicklung hat, ist das natürlich auch noch cool, wenn man dann da eben matcht und halt so open-minded ist. Sehr offen für neue Perspektiven. Ich hoffe, ich habe euch mal so ein bisschen mit in diese Gedankenwelt von diesem Ideal des reflektierten Paares mit reingenommen. Bin sehr gespannt, was ihr da für Erfahrungen macht, wie ihr das so beobachtet auf Social Media, ob ihr das so kennt, ob ihr das schon mitbekommen habt. Schreibt mir doch super gerne mal bei Instagram. Ich würde mich total freuen, da mit euch in den Austausch zu gehen und bin da total gespannt. Hoffe, dass ihr aber auch ein bisschen dieses, falls ihr das kennt, dieses Ideal, das so ein bisschen relativieren konntet und wieder so ins rechte Licht drücken konntet. Von wegen, ja, es ist nicht alles so hier oben, sondern es gibt einfach ganz viele Nuancen. Genau. Soviel erstmal dazu. Ein kleiner technischer Hinweis, organisatorischer Hinweis jetzt eben zum Schluss nochmal. Wir gehen in Podcast-Pause jetzt von Juni bis August und sind im September dann wieder da. Das heißt, da gibt es von mir dann wieder neue Podcast-Folgen. Und genau, wenn du Interesse hast jetzt noch, das ist jetzt auch noch ein organisatorischer, technischer Hinweis, im Juni startet die nächste Heal-Gruppe. Und wir führen da jetzt gerade Beratungsgespräche durch. Das ist jetzt so der Zeitraum, wo du dir ein Beratungsgespräch buchen kannst, wenn du Interesse hast. Und, ja, das ist jetzt so nochmal vor allem ein Format in der Kleingruppe. Ich habe ja schon gesagt, wir werden im Sommer einiges überarbeiten. Deswegen, wenn du vor allem Lust hast, in so einem ganz kleinen, intimen Raum und vor allem in einer festen Kleingruppe mit dabei zu sein, dann freue ich mich, wenn du dir mal ein paar Infos reinholst und ein Beratungsgespräch buchst, wo wir uns einfach kennenlernen. Genau, alle Infos, der Link zu der Website findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Ich danke dir von Herzen für dein Vertrauen, für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, die du hier in den Podcast rein investierst, die du in dich hinein investierst, um da weiterzukommen, zu lernen, für eine erfüllte, harmonische Partnerschaft auf Augenhöhe. Und auch alle, die bei YouTube zuschauen, danke für auch euer Vertrauen, euer Zuschauen. Ich freue mich total, dass, ja, der Videopodcast auch so cool, so gut bei euch ankommt und wünsche euch eine schöne Sommerzeit und dann sehen und hören wir uns im September wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.